Und vor allem mit höchsten Einstellungen ist es. Das ist schon viel wert. Weil das Spiel kann doch sehr schnell sehr hässlich werden. Bitte benenne sowas richtig ugly aussehen. Das macht mir... Nein! Natürlich nicht. Obwohl... Das wäre schon irgendwie extrem lustig. Wenn du dann irgendwie mal nochmal No Man's Sky spielst und auf jedem Planeten so zicki, 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 zicki. Wenn man dann so das Mobbing des anderen auf dem Planeten findet. Das wäre schon echt, äh... Doch sehr amüsant. Also... Ich guck mal. Hier gibt es aber nicht viel. Kann das sein? Kann das? Hier gibt es einen Baum. Da ist was. Sodale. Die Hälfte an Spezies haben. Was meinst du? Das ist die hier rum. Gut, dass es kein Bild gibt. Was? Echt? Lauf ich? Oder läuft irgendwo ein Vieh rum, was nach mir benannt ist? Benannt. Nicht benamst. Sagen wir auf der Arbeit immer. Nicht Benennung, aber Benamsung sagen wir immer. Hier haben wir schon. Was ist das? Komische Viecher hier echt. Räume... Hä? Echt jetzt? Ähm, das ist... Hier ist eine Höhle. Da können wir eigentlich mal reingucken. Ob hier was drin haust. Das mag ich eigentlich nie. Höhlenerkundung. Ich mag das lieber auf den Oberflächen der Planeten. Aber naja. Manchmal haust hier halt doch was drin. Und man kann ein bisschen was entdecken. Hängt hier oben irgendwo was runter? Ja. Da hinten werden auf jeden Fall Lebensformen angezeigt. Äh, Scanner vom Schiff geht nur im All. Achso, ich dachte aber immer, ähm... Man kann damit auch diese... Die ganzen Punkte entdecken. Dass die, ähm... Dadurch besser erscheinen. Also die Fragezeichen. Macht das gar keinen Unterschied? Es gibt hier sehr viel... Es gibt hier sehr viel unhübscher wie das in Guild Wars 2. Noch unhübscher geht doch fast dich. Ja doch, ich in echt. Toll, da oben pfeift irgendwas. Ich glaube, wenn es Höhlenviecher gäbe, wären wir denen schon... Äh... Nicht wo, sondern wie viele. Eine genaue Zahl der Stiggis gibt es nicht. Äh, ihr verwirrt mich. Schon und schon wieder. Ja, der wird doch nicht. Jedes Mal dasselbe. Soll ich Harald wieder auspacken? Oh, das klingt falsch gerade, ne? So aus dem Kontext gerissen klingt das echt falsch. Das fängt übrigens ab ETS Folge 13 an. Wer Harald nochmal sehen möchte. Du bist verwirrt. Wir tun das nicht. Geben alle auf Planeten zielen. Ja, das weiß ich. Ich dachte aber, wenn man über den Planeten fliegt und den Scanner macht, entdeckt man schneller diese Fragezeichen. Aber so gesehen entdeckt man die ja eh, wenn man in die Richtung guckt. Also, ich habe es einfach immer gemacht, wenn ich es mir auch sparen kann, dann ist das auch nicht verkehrt, finde ich. Ich dachte nur, der scannt dann halt vielleicht die Oberfläche nach Gebäuden oder sowas. Ist halt ein Scanner, ne? Wenn er das nicht macht, dann... Okay. Okay. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich glaube, der Nero klopft an. So komische Geräusche rechts am Ohr. Und wir können, glaube ich, langsam echt sagen, hier unten je wird nischt. Scheun? Scheun? Das heißt Scheun? Äh, ich bin der Meinung, er scannt die Oberfläche, sieht man doch am Gitter auf dem Planeten. Ja, bin ich auch, irgendwie. Könnt ihr das mal in Erfahrung bringen? Scheun, ach, Scheun. Ach. Ach, Scheun. Scheun, Scheun. Äh, Sackgasse. Nein! Toll. Super. Klasse. Hehehehe, ganz toll. Jetzt hängen wir hier unten ab. Nischt los. Total tote Hose. Der Scanner müsste dafür gut ausgebaut sein. Ähm. Ausgebaut habe ich auch noch nichts. Ausgebaut ist doch das dann, wenn... Ähm. Wenn man die Dinger... Denke ich. Achso. Die kommen, ähm, von allein auf der Oberfläche Signalbooster bauen. Signalbooster bauen? Äh, denke ich im Exo... Im Exo-Anzugsscanner ausbauen. Geht das hier? Achso. Panisch ja noch nicht, ne? Äh, da, 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 da. Das habe ich noch nicht. Nein. Und im Raumschiff? Technologie? Ähm, habe ich auch noch nicht. Könnte Kanonenschaden erhöhen. Könnte ich endlich mal machen. Wenn man das Rezept hat. Ja. Ja. Gut. Ich habe auch erst seit kurzem... Was heißt seit kurzem? Äh, ich würde Stiggy gerne mal in LS sehen. LS? Was ist LS? Und was würdest du mich bitte gerne sehen? LS? Schwein? Nein, nicht so. Äh. Wie denn? Versuchst du mir mal schriftlich zu erklären? Das wird ein Spaß. Ich raffe nämlich wahrscheinlich wieder gar nichts. Nullnader, niente. Ich suche auch den Ausgang. Ja, das sieht gut aus. Die selben schon lachen immer da. Krieg ich das rein? Ach, das geht auch wieder nicht. Sehr geil. Das geht auch wieder nicht. Warte mal. Oh, schwarze Bildschirme. Hab da, schwarze Bildschirme. Ach, jetzt seht ihr meinen hier. Mein, äh, Desktop-Garden. Patsch. Geht's jetzt? Nö. Stream Deck will er nicht machen. Aus, was weiß ich, für Gründen. Komisch. Komisch. Der schlägt mir auch immer vor, ähm, Update zu machen. Bei der PS4 anders. Ach so, bei der, ach ja, du hast ja PS4. Warum macht er denn das nicht? Warte mal. Jetzt geht es ja nicht mehr. Himmelarsch und Zwirn. Warte mal. Ganz kurz. Möchtest du Stream Deck beenden? Beenden, ja. Das gibt's doch nicht. Was sind die Leute los? Stream Deck. No Man's Sky funktioniert nicht mehr. Ja, ich, ich möchte No Man's Sky debuggen, genau. Es gibt nichts lieber, was ich machen würde, außer No Man's Sky debuggen. Alter, das gibt's doch nicht. Einmal mit Profis. Wo sind Profis hier nicht? Komm, wenn das Stream Deck jetzt gleich nicht geht hier, dann hat das Stream Deck Pech gehabt. Gibt's nicht. Dieses Spiel, ne? Doch, Stream Deck geht jetzt. Er will sich bei mir auch immer, ähm, updaten in letzter Zeit. Und dann mach ich Update. Und dann kommt das aber beim nächsten Start wieder. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Vielleicht müsste ich nochmal die... Die von Heike? Die Emotes. Ähm. Vielleicht müsste ich da nochmal deinstallieren. Also erstmal die Dinger sichern. Ihr mit euren... Hier, jetzt geht's aber. Ne, jetzt geht's wieder nicht. Ach, ich weiß, woran das liegt. Ich weiß, woran das liegt. Warte. Da dran nämlich. Oder, oder? Jawohl, daran liegt's. Sind's eine? Heike ist seit sieben Monaten treu. Ah, sind's eine. Geh mal auf Steuerung. Steuerung. So. Finish. Oh, ich warte mal auf weitere Anweisungen. Geh mal auf Steuerung. Ich hoffe, der Delay ist nicht so hoch. C-Taschenlampe. C-Taschenlampe. Ach, T ist Taschenlampe. T ist Taschenlampe. Hätte ich mal vorher reingeguckt. Das, warum bin ich noch nie auf die Idee gekommen? Doch, hab ich, aber ich hab nur... Aufwärtsschwimmen, Leerwärts-Taste. Äh, Leerwärts-Taste. Leertaste. Äh, was haben wir denn hier noch? Baumenü ist Z. Schnellmenü X, ja. Einfach spielen und selbst lernen. Ja, aber... Zack, zack. Baumenü Z. Da kann ich aber nochmal reingucken. Was? Z ist Flugsteuerung. Was? 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 Moment. Ich hab doch was gelesen. Pupe. Steuerung links. Aber das ist für, ähm... Haben wir eine Rupe im Schiff? Nee, ne? Das ist doch für Dingens, oder? Aber wir sind wieder aus der Höhle raus. Zumindest etwas. Hab ich die mitgenommen? Nee. Äh, was war das? Z. Ah. Das meintest du, ne? Bestimmt. Signalbooster. Vielseitiger Scanner, der kalibriert werden kann, um einen bestimmten Gebäudetyp deiner Wahl zu scannen. Ah. Kommunikationsstation. Nachrichten an andere Reisende. Oh, eine Hupe. Ja, ja, natürlich. Ich muss gleich unbedingt die Hupe ausprobieren. Speicherpunkt. Verwaltung des eigenen Fortschritts. Ah. Signalbooster. Ja, geil. Hm. Okay, werde ich mal ausprobieren. Aber das Düsen wäre jetzt nochmal so ein bisschen rum und ich muss die Hupe haben. Was war Hupe? Steuerung links. Ich habe keine Hupe. Das ist bestimmt für die Exo-Fahrzeuge, ne? Signalbooster. Wir fliegen jetzt nochmal ein bisschen so rum. Auf jeden Fall schon mal danke für den Stupser in die Steuerung. Ich habe mich da noch nie so mit beschäftigt. Das ist eigentlich auch ein Drama, wie ich so ein Spiel angehe immer, oder? Wenn man so in die Steuerung gucken kann man ja eigentlich schon mal. Ich habe nicht mal, da. Wah. Okay. Danke.